Moin Freunde der Augenringe, wie versprochen, einen Tag später, vielleicht auch zwei, je nachdem wie ich es mit dem Schnitt schaffe, euer Messerjockel wieder für euch. Diesmal kein Short, sondern ein ausführliches Video zum Thema, welches Messer benutzt du am liebsten für welche Angelegenheiten, aufgrund diverser Abonnentenanfragen. Ich möchte das gerne heute bedienen, ich hoffe ihr habt Zeit und Lust mitgebracht. Wenn euch das Ganze Bock macht, was ich hier tue, lasst ruhig mal ein Like und ein Abo da. Mich würde es wirklich sehr freuen, euch kostet nichts. Und ganz zum Schluss dieses Videos, da bräuchte ich mal eure Hilfe, dazu kommen wir aber später. Ja, wir fangen einfach mal an von links nach rechts. Ich habe das Ganze in so ein bisschen Segmente gegliedert, sage ich jetzt mal so. Wofür was? Ich komme da jetzt auch gleich zu. Ich werde euch heute jetzt nicht zu sehr auf irgendwelche Stahlformen und Arten eingehen. Es sei denn, es ergibt sich, ich mache das Ganze frei Schnauze. Kein Werbevideo, alle selbst erstanden. Ich werde das natürlich nochmal wegen Markennennung deklarieren, wie üblich. Aber das ist hier heute meine persönliche Meinung, wie so oft. Kann von anderer Leute Meinung und Erfahrung abweichen. Wir können uns gerne austauschen über die Kommentare, seriös wie immer. Ich antworte auch. Und dann soll es auch schon losgehen. Ja, wir gehen erstmal so in den Bereich Outdoor, Bushcraft. Da muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn es nicht das teuerste und edelste Messer ist, mein absoluter, wirklich absoluter Liebling, obwohl ich einige dieser Messer besitze, ist das Mora Bushcraft Survival Black Carbon. Ja, muss man sich erstmal merken können. Survival hat das nicht viel mit zu tun, gleich vorweg. Survival würde ich ganz andere Messer benutzen, das ist halt der Name. Bushcraft trifft schon eher. Wird geliefert in einer Kunststoffscheide mit Feuerstahl und Schleifstein. Der ist relativ grob. Damit habe ich mal beim Älteres, ich glaube Älteres heißt das Kleine von Mora, habe ich mal Ausbrüche gut rausbekommen. Dafür ist so eine grobe Diamantschleifscheibe, Schleifstein, ist da ganz praktisch. Das hat auch bis auf ein bisschen Materialverlust wieder gut funktioniert später. Für einen Feinschliff würde ich das auf gar keinen Fall hernehmen. Wenn man damit wirklich mal, was weiß ich, auf einer einsamen Insel landet, wie auch immer, soll das ausreichen. Aber da könnte ich auch einen Stein hernehmen vom Strand oder was auch immer. Feuerstahl habe ich selber noch nicht benutzt, da habe ich bessere, gehe ich jedenfalls schwer von aus. Ja, die Scheide, Messer kann man auch über Kopf tragen. Kleiner Dengler dran, kann man auch abbauen. Super toll, super einfach, gefällt mir sehr. Lässt sich auch gut ziehen, obwohl es recht tief in der Scheide sitzt. Ja, das Ganze mal in die Kamera gehalten für die Leute, die es vielleicht noch gar nicht kennen, was ich bezweifle, aber gibt es ja immer mal. Finde ich wirklich gut gelungen. Ja, wir haben hier einen Karbodenstahl mit Scandi-Schliff. Äußerst scharf, äußerst leicht nachzuschleifen. Trotz, ich glaube, 60 Härte Rockwell sogar. Einen unheimlich scharfen, wirklich sehr scharfen, da könnte man fast mit schneiden, einen Klingenrücken. Da kriegst du jeden Feuerstahl mit angerissen, definitiv. Und ja, klingenmäßig, auch wenn es leider, das ist so das einzige theoretische Manko, so nenne ich es mal, ist es ein Dreiviertelerl, soweit ich weiß, und kein Full Tank. Das soll dem Ganzen keinen Abbruch machen, weil ich habe es wirklich hart herangenommen schon. Das habe ich schon eine Weile. Ja, ich habe damit herkömmlich stark betont. Ich habe damit entastet. Das Ganze wackelt nach wie vor nicht und dann soll es mir egal sein, gut für den Preis. Es ist jetzt nicht eins der teuersten Messer in dieser Branche, aber ich sage mal, ich glaube, 70, 80 Euro oder was, das liegt derzeit in dem Format mit der Scheide und Feuerstahl, Schleifstein etc. Survival Black Variante. Aber die zwei, drei Zentimeter hätten sie da vielleicht auch noch Carbonstahl übrig gehabt. Gut, sei es drum. Es schneidet wie ein Teufel. Es ist einfach eine super Klinge. Kann man nicht anders sagen. Sehr praktisch. Was ich mir noch wünschen würde, wäre so ein kleines Gymping, weil der Klingenrücken sehr scharf ist. Wenn man es so richtig herannehmen will, manchmal ein bisschen unangenehm ohne Handschuhe, aber jammern auf hohem Niveau. Was mir aber besonders gut gefällt und weswegen, also diese Klingenart, die gibt es bei vielen Messern. Ich habe auch Puko-Messer, die ähnlich gestaltet sind. Gut, die haben jetzt nur ein Steckerl, aber jetzt so von der Klinge an sich, ohne den Erl mal zu betrachten. Oder andere Bushcraft-Messer. Das ist jetzt nicht das absolute Nonplusultra. Es ist einfach gut. Was mir wirklich daran besonders gefällt, ist dieser Griff. Das ist einfach Kunststoff, Polypropylen oder sowas, verdichteter Kunststoff. Aber das sitzt sowas von gut in meiner 9,9,9,9, je nach Handschuhfabrikat, manchmal auch eine 10. Also das klebt an der Hand, ohne zu kleben, wenn ihr wisst, was ich meine. Das hat eine schöne Ergonomie. Das hat einen ausreichenden Klingenschutz. Aber dieser Grip, das ist, ja, als würdet ihr an einem warm gefahrenen Motorradreifen mit dem Finger langschieben. So kann ich es beschreiben. Einfach nur geil. Anders kann ich es nicht sagen. Und deshalb, weil es einfach so simpel ist und so komfortabel, bis auf dieses fehlende Gymping meiner Meinung nach. Aber da kann man groß jammern. Es hat hier so ein leichtes Gymping auf dem Griff. Man könnte da so ansetzen. Ich mache es lieber an der Klinge mit dem Daumen. Einfach super. Also das kann ich jedem empfehlen. Ihr mögt es anders sehen. Ich finde es so, schaut es euch mal an. Ihr werdet sicher irgendwen kennen, wenn ihr im Outdoor, Bushcraft, Survival, was auch immer Bereich unterwegs seid. Der das hat. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Super Teil. Mein Favorite. Trotz deutlich teurerer Messer, die mir bekannt sind oder die ich meine eigenen nenne. Das war so zum Thema Bushcraft. Da habe ich dann noch eins. Das ist aber so eine persönliche Passion. Eins meiner ersten Messer. Auch in einer schönen Lederscheide geliefert. Habe ich mal vor über einem Jahrzehnt mittelalterbedingt, weil ich dann ein bisschen was nostalgischeres haben wollte mit Holz und so und Leder, echt Lederscheide, habe ich mir das mal gekauft. Das war gar nicht teuer. Das ist ein Haller Jagdmesser in 440er Stahl mit einem schönen Holzgriff. Ich halte es mal in die Kamera, wie das Modell genau heißt. Ja, es wird als Haller Jagdmesser geführt. Mag sein, dass irgendwer da die genaueste Bezeichnung weiß. Ich habe es, wie gesagt, schon ewig. Man kann das richtig rannehmen. Wirklich taugt das auch zum Bushcraften. Hat auch eine massive Klinge. Ist wirklich äußerst scharf, auch gut nachzuschleifen. Der Griff, wie gesagt, liegt auch sehr gut in der Hand. Ist eigentlich so, von der Griffbequemlichkeit auch wieder ganz weit vorne. Außer, dass das Holz recht rutschig ist. Also das kann natürlich gegen Kunststoff nicht anstinken. Ist auch nicht angeraut. Ist meiner Meinung nach sogar lackiert. Oder zumindest, ja, ist es auf jeden Fall sehr glatt. Auch eins meiner Lieblinge. Haller Jagdmesser. Das Ding kostet nicht mal die Welt. Ich glaube, ich habe sogar zu viel damals bezahlt. Knapp ein Fuffi oder sowas. Ich glaube, das kriegt man sogar schon günstiger. Also ich habe es irgendwie mal damals, wo ich gucken wollte, wie genau es heißt, online gefunden. Haller Jagdmesser mit Holzgriff. Dann werdet ihr das auch finden. Auch eins meiner Lieblinge, weil es einfach, ja, mich mit gewissen Erinnerungen verbindet und einfach griffig ist. Und ich muss da auch nicht immer darauf achten, oh, verkratzt die Klinge nicht oder der Griff oder was. Ist mir völlig Wurst bei diesem Messer. Das ist ein Arbeitstier. Ist ein Jagdmesser. Es schneidet. Es macht das, was soll. Ich kann da zur Not auch mal mit dem Hammer draufhauen. Ich werde da dran nicht verzweifeln. Es ist einfach ein tolles, praktisches Messer. Das auch noch so als kleines Schmankerl. So im Bushcraft-Segment. Jagdsegment bediene ich jetzt nicht so, weil ich halt außer Angeln jetzt keinem Tier was zu leide tue. Und das auch nur dann, wenn ich wirklich den Fisch essen möchte und nicht, weil ich irgendjemandem zeigen will, wie toll ich angeln kann. Das aber nur am Rande. Ja, wie gesagt, Haller Jagdmesser. Echtholzgriff. Tolles Dingen. Macht mir Spaß. Dazu halt, wie gesagt, noch diese Lederscheide. Eine tolle Sache. Ist schon ein bisschen abgerockt. Das darf es auch sein. Das muss es fast schon sein. So. Wollen wir mal den Bushcraft-Bereich verlassen? Wie gesagt, ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Ich hätte das Ganze auch jetzt splitten können und dann hier noch ein paar Klicks und da noch ein paar Klicks. Ich denke, wer da wirklich Bock drauf hat, ich mache das ja hauptsächlich für diese Abonnenten-Anfrage und die haben sicherlich auch Bock, wenn sie es genau wissen wollen, sich genau anzuschauen. So. Ja. Jetzt kommen wir mal so in den EDC-Schneidbereich. Auf gut Deutsch. Ich habe unterwegs ein Messer dabei, was mir nicht die Hose runterzieht und was praktisch und gut ist und wirklich scharf ist. Toll schneidet. Das ist so dieses, das Kind hat, was weiß ich, einen Apfel unterwegs, Bock drauf. Ich kaufe ihm einen. Ja, ihr könntest mir den schneiden. Dafür, so diese Richtung, auch leichtere Schnitzarbeiten, aber hauptsächlich so als Schneidwerkzeug, was man in der Hosentasche einfach mal verschwinden lassen kann. Ja, da ist mein, wenn auch nicht günstiges Modell. Also das finde ich persönlich völlig überteuert für das Material. Also da muss man ja wirklich mal die Kirche ins Dorf lassen. Aber ich finde es einfach geil. Wenn man dem nach den Preis strukturiert, dann passt es wieder. Ich finde trotzdem nicht. Ich musste es einfach haben. Die meisten werden es wirklich kennen. Es ist das Spyderco UKPK. Ich hoffe, die Kamera stellt scharf. Wir haben hier heute Regensonne, Regensonne. Ich habe da nicht so die beste Belichtung manchmal und manchmal dann zu viel. Ja, es ist ein Einhandmesser. Durch dieses Daumenloch, was typisch für Spyderco ist. Und ultra leicht. Ich weiß nicht, ich schätze das auf 50 Gramm. Ich habe da auch mal ein Video zu gemacht, meine ich. Ja, und hat eine sehr grazile Klinge. Auch diese typische Spyderco Form natürlich. Ist meiner Meinung nach 42A konform. Hat hier nochmal so einen Sicherheitsklick. Bevor es einem hier auf den Finger fällt. Und ja, ist durch einen Federmechanismus gehalten. Das heißt, es verriegelt nicht. Und deshalb meiner Meinung nach 42A konform. Will ich auch nicht so weit drauf rumreiten. Hat einen tollen Gürtelclip. Es ist leicht. Man kann es mit einer Hand aufmachen, ohne dass die Polizei einen ärgert, soweit ich weiß. Und ja, es ist wirklich extrem scharf. Die dünne Klinge super geschliffen. Ja, also damit kriegst du jeden Apfel klein. Und auch zur Not mal kleinere Schnitzarbeiten. Ich würde jetzt damit nicht betonen, ist logisch. Dafür ist es auch nicht gedacht. Daher auch das Segment jetzt Schneidarbeiten, EDC für unterwegs. Ja, es ist einfach super. Es ist leicht, es ist scharf. Es ist meiner Meinung nach auch schicks bei der Co. Diese Haptik und Optik ist nicht jedermanns Sache. Ich muss mich auch erstmal dran gewöhnen. Aber wenn du was haben willst, wo du nicht unbedingt, ja, wo du jetzt schon ein bisschen überlegen musst, wie teuer ist es. Aber da bin ich drauf eingegangen. Aber du willst wirklich ein solides EDC-Messer haben, was einen nicht im Stich lässt. Und was man auch alltagstauglich vertreten kann. Ja, da muss ich sagen, Spyderco, UKPK, mein absoluter Favorit. Schärfer geht es kaum. Praktischer geht es kaum. Es ist sicher. Es ist leicht. Es hat einen Klick. Es hat einen, ja, es ist für Kunststoff geriffelt. Kann man gut auch festhalten. Entschuldigung. Ja, macht einfach Laune. Ja. Das zum Thema Schneidarbeiten EDC Nummer 1. Ja, und dann ein bisschen schwerer, aber nicht weniger schön. Ja, was soll es sein? Ihr seht es. Katze. Das ist so, ja, das absolut kultigste Messer für EDC. Hat einen Backlog. Ist aber kein Einhandmesser. Ist auch dafür nicht konzipiert. Meiner Meinung nach somit auch im Alltag vertretbar. Ja, Otter Mercator. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Habe ich auch ein Video zugemacht. Ist auch ultrascharf. Hält auch die, äh, hat auch eine gute Schnitthaltigkeit. Hat auch nochmal einen kleinen, äh, Ring hinten dran. Kein Clip. Verschwindet aber gut in der Hosentasche. Trägt nicht sehr auf, weil es halt sehr flach gestaltet ist. Damit kann man, hat auch einen schönen Klingenschutz nochmal, ne, für so ein kleines Messer. Die Haptik trotz des gefalteten Blechs ist beim Griff völlig ausreichend. Das ist so ein Messer. Da habe ich richtig Freude dran, wenn ich weiß, ich habe es in der Tasche, selbst wenn ich es nicht brauche. Messerfreunde werden wissen, was ich meine, denke ich. Ja, das ist so mein zweites Schneid-EDC-Werkzeug, was auch eine Tomate und einen Apfel klein kriegt. Für schwerste Schnitzarbeiten würde ich es jetzt nicht hernehmen. Ist aber auch möglich, ne. Otter, Mercator, Katze. Seht euch gerne unten mein Video dazu an, wenn ihr es im Detail wissen wollt. Das soll es dann erstmal im Segment, was sind meine liebsten EDC-Schneidmesser sein. Packen wir auch mal ein bisschen zur Seite. Jetzt kommen wir so in den Bereich, ja, Neudeutsch Multitool. Habe ich zwei Protagonisten, die mir wirklich gefallen und die das hergeben, was ich so mir vorstelle. Sprich, ich bin irgendwo unterwegs, weiß, es könnten vielleicht Handwerken, ein Umzug, ich helfe bei einem Umzug. Ich will ein Messer mitnehmen, es könnten Handwerksarbeiten anfallen. Da würde ich auf eins der beiden mit Sicherheit zugreifen, weil sie auch entweder in der Tasche oder im Holster oder am Gürtel, wie auch immer, gut verschwinden und multifunktional sind. Haben wir als erstes, habe ich, wie gesagt, ich habe zu, ja, nicht allen, aber einigen Messern bereits ein Video gemacht. Da werden auch noch einige nachfolgen. Hier haben wir einmal das Leatherman Wave Plus 2H, sprich 42A-konform laut Hersteller. Wie gesagt, alles keine Rechtsberatung. Ist einfach dem geschuldet. Guckt euch das Video an. Es hat halt keine Einhandmechanismusöffnung, auch wenn es verriegelt, weil es halt geschliffen ist. Und der Öffnermechanismus für Rechtshänder zumindest gesehen, genau auf der entgegengesetzte, die Daumenkerbe, der Nagelhau liegt auf der anderen Seite. Ja, das macht es erstmal im Denken so ein bisschen schwierig. Ihr merkt es, ich bin schon zu doof. Aber, ja, ist mit diversen Klingen ausgestattet. Hat von Liner-Lock bis Backlock diverse Verriegelungsmechanismen. Hier haben wir dann nochmal die Standardklinge. Äußerst scharf. Trotz aller Funktionalität und Baukastenprinzip sehr stabil, gut gearbeitet. Kein Preisknaller, sei dazu gesagt. Aber, das ist so, was ich wirklich für ein Multitool gut finde. Und, ja, also die Qualität brauchen wir bei Leatherman meiner Meinung nach nicht drüber streiten. Gibt es auch noch ein BIT-System dazu für die Schraubenzieher etc. pp. Hier mit Backlock gesichert. Wie gesagt, ich habe da auch ein Video zu, wo es im Detail erklärt wird. Aber, das ist so mein Multitool, was ich eigentlich gerne dabei habe. Wie gerade erwähnt, wenn ich nicht ein anderes dabei habe. Da kann ich mich manchmal schwer entscheiden. Hat aber auch manchmal damit zu tun, was erwartet mich in etwa. Dieses Multitool Leatherman Wave Plus 2H für diese Zwei-An-Variante. Weil sonst wäre es nicht 42a-konform. Weil es halt verriegelt und einhändig zu öffnen wäre. Ja, das ist mein absolutes Multifunktionstool im herkömmlichen Sinne. Dann haben wir hier noch von Victorinox. Ich glaube, na, ne, das habe ich glaube ich noch nicht vergessen. Aber auch Wurst. Heute geht es ja nicht darum, was ich schon vorgestellt habe. Sondern was ich jetzt persönlich empfinde und warum und weshalb. Wie gesagt, das hier äußerst funktional, äußerst stabil. Ein bisschen schwer, muss ich sagen. Und ein bisschen teuer. Aber ich habe es ja nun mal jetzt. Und deshalb ist es eines meiner Lieblinge. Zweite, Victorinox Huntsman. Nicht zu verwechseln mit Hunter. Das ist das Große. Ja, wird jeder kennen. Ist ohne Verriegelung. Auch nicht einhändig zu öffnen. Auch nicht mit Yoga, soweit ich weiß. Da seid ihr absolut auf der sicheren Seite. Nach wie vor keine Rechtsberatung. Und es hat einfach alles dran, was ich brauche. Eine Säge, ein Messer, eine Schere und das Ganze gedöhnt. Zur Not auch ein Zahnstocher, Pinzette. Also das ist so das. Ja, das ist so dieses typische, nicht nur Multitool, sondern dieses typische Taschenmesser. Ich habe es dabei und ich weiß, kann kommen, was will. Wenn ich nicht gerade einen Baum fällen muss, dann ist das schon eine coole Nummer. Im Vergleich zum Leatherman auch, soweit ich weiß, deutlich preisgünstiger. Nichtsdestotrotz gut verarbeitet. Das Ganze liegt gut in der Hand. Ist nicht zu klobig. Gibt ja auch diese ganz dicken von Victorinox. Sind nicht so ganz meins. Da kommt das Leatherman schon eher dran. Deshalb, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich tatsächlich das Victorinox nehmen. Manchmal kann ich mich nicht ganz entscheiden, je nach Tagesform. Das sind so die beiden Multitools, die ich persönlich geil finde. Und ja, die für mich fast keine Wünsche offen lassen. Geht immer, mehr geht immer. Aber das wäre schon jammern auf hohem Niveau. Und ja, so beim Camping und so weiter und so fort reicht sowas eigentlich völlig aus. Ja, das so zum Thema Multitools. Da wisst ihr dann auch, was ich da so präferiere. Und ja, Qualität brauchen wir beim Victorinox auch nicht drüber sprechen. Die ist gegeben. Ja, jetzt habe ich, ich habe erst überlegt, ob ich es mit reinbringen soll. Aber Arbeitsmesser. Ist ja für viele vielleicht auch interessant. Beruflich gesehen oder so in der Gartenarbeit etc. Da habe ich so die Prämisse gehabt. Es darf nicht teuer sein. Es muss stabil sein. Es muss richtig scharf sein. Es muss gut nachzuschleifen sein. Es muss gut in der Haptik sein. Also gut in der Hand liegen. Es muss eine sichere Scheide haben. Und da habe ich mich damals, und das habe ich eigentlich auch nicht bereut. Außer, ich werde das mal kurz einblenden. Und da ging es darum, dass es mir ein bisschen zu scharf war. Weil ich Schlaumeier einen Fischbär schnitzen wollte für meinen Sohn. Während er da in der Gegend rumtanzte. Und ich drauf aufpassen wollte. Nicht ganz hingeguckt habe, abgerutscht bin. Und der Stock dann doch morscher war, als ich dachte. Also der Ast. Da habe ich mir dann schön, wie ihr zumindest gerade sehen konntet, zwei Finger touchiert. Und das nicht ohne. Das ist wirklich scharf. Das soll es auch sein. Das war meine Blödheit. Ja, es ist das Fiskars. Es wird, glaube ich, von Fiskars geführt als Profimesser. Also Fiskars hat, wenn man Fiskars Messer guckt, bei Einschlägenplattformen so diverse Segmente, für was es sein soll. Und das ist so dieses Profimesser. Und, ja, wird geliefert in der Kunststoffscheide. Das Ganze hat, da kann man von halten, was man will. Bei dem Messer ist das Schöne, mir ist es egal, ob das verkratzt. Deshalb nicht ganz so doll gejammert. Aber es hat in der Scheide eine Schleifkerbe, damit es immer schön scharf bleibt. Ja, scharf bleibt es. Das kann ich versprechen. Aber, ja, das verkratzt natürlich auch so ein bisschen im Laufe der Zeit. Weil man packt es natürlich nie ganz akkurat da rein. Seht ihr, jetzt bleibe ich schon hängen. Nicht gerade die allerbeste Lösung, aber für ein Arbeitsmesser in Ordnung. Und das Ding kostet, das kostet nicht die Welt. Also das ist wirklich günstig und da tut es einem auch nicht weh auf der Arbeit, damit mal richtig zu arbeiten, ohne auf den Klingenspiegel zu gucken, dass da kein Kratzer reinkommt. Oder, oder, oder. Ja, das ist eine nicht allzu lange Klinge, aber ultrascharf. Hat noch eine, ist auch schon schwer verkratzt. Ihr werdet das sehen. Das wurde schon ordentlich herangenommen, aber immer noch stabil und scharf. Ich glaube, das habe ich auch noch nie wirklich von Hand selber nachgeschliffen. Außer vielleicht einmal oder so, wenn ich es mal so richtig mit Kabeln und Draht und so. Also das schneidet wirklich, alles was schneidbar ist, schneidet dieses Ding. Hat dazu noch, da kann man von halten, was man will, eine Pfeilenfunktion. Und einen sehr rutschfesten Griff. Ähnlich hier wie das Mora. Hier nicht ganz so. Hat jetzt auch kein Jimping. Ja gut, Klinge, Rücken, Feuerstahl brauchen wir da gar nicht jetzt drüber reden. Das ist dafür einfach nicht gedacht. Das ist so. Ich möchte ein Messer dabei haben. Auch legal führbar, meiner Meinung nach. Nach wie vor viele, also keine Rechtsberatung, gar nicht bei mir. Einfach nur so meine persönlichen Eindrücke und Beurteilungen. Die eine für sich nichts wert sind, sondern einfach nur dem Austausch dienen. Ja, man darf es halt mitführen. Es ist einfach nicht teuer, trotzdem stabil und schweinescharf. Kann ich nicht anders sagen. Also wer sich damit mal, ich habe mir damit, man wird es an dem Foto gerade vermuten können. Ich meine, in den Daumen, also ich habe auf mich zu. Döver kann man es nicht machen. Ich wollte da was spalten. Der hat nachgegeben, abgelenkt. Wie gesagt, dämlicher kann ich es nicht beschreiben, wie ich da war. Aber abgerutscht auf mich zu, in den Daumen geschnitten und gleichzeitig in den Zeigefinger. Richtig tief, richtig böse. Habe ich richtig Spaß gehabt. Das kann das Messer nichts für. Also das war meine Doofheit. Ich kann das wirklich nur empfehlen. Wer ein preislich günstiges, stabiles Arbeitsmesser sucht, ist mit diesem Fiskars Profi-Messer. Ich bin kein Profi, sonst hätte ich mich vielleicht auch nicht damit gehackt. Kann ich nur empfehlen. Super Teil. Scheide, wie gesagt, genug zugesagt. Tolles Teil. So, jetzt kommen wir zum Thema Schnitzen. Womit schnitze ich am liebsten? Ja, ich hätte jetzt irgendwas erfinden können, aber es ist tatsächlich, es gibt verschiedene Größen. Bei mir ist es die 8, die ich da präferiere. Ich habe auch diverse andere. Das ist Opinel. Das wird wirklich, so gut wie jeder kennt den Franzosen hier oder die Französinnen. Man weiß es nicht. Natürlich ist verriegelbar, ist nicht einhändig zu eröffnen. Auch nochmal dazu gesagt, ich erwähne das auch nur so oft, weil ich finde ein Lieblingsmesser für die Zwecke, die ich hier gerade nenne, muss mitführbar sein. Ich weiß, das haben ganz, ganz viele. Manche sind da so scheißegal, denken, ich bin da irgendwo dazwischen. Aber es gibt ganz viele, die verständlicherweise auch Sorge haben, in die Bredouille zu geraten, wenn sie nicht sicher sind, ob sie ein Messer mitführen können. Und deshalb habe ich das auch so ausgewählt, dass das Alltagsbegleiter sind für jeden Zweck, wo ich mir da eigentlich keine Sorgen machen muss. Deshalb erwähne ich das auch nochmal so am Rande und wahrscheinlich viel zu oft. So, ja, wir haben hier das Opinel Nummer 8. Absoluter Schneidteufel, super scharf, schmale Klinge, stabil, Klingenverriegelung vor dem Öffnen, nach dem Öffnen, Holzgriff, liegt gut in der Hand. Also damit kann man wirklich toll schnitzen, ja, auch als Schneidwerkzeug, hätte ich es auch mit reinbringen können, in die Kategorie. Aber das ist schon eher so mein Schnitzmesser. Ja, ist auch ein verträgliches EDC, aber wie gesagt, nicht jedes EDC ist ein Schnitzmesser. Dieses Schnitzmesser ist auch ein EDC, aber da es ein super Schnitzmesser ist, in dieser Kategorie. Werden auch alle kennen, ich halte es trotzdem mal in die Kamera. Wer Kratzer findet, darf sie behalten. Ich bin keiner, der Messer ausstellt, ich bin jemand, der Messer benutzt. Und, ja, der Griff, völlig ausreichend. Viele, die ein Opinel haben, werden es bestätigen können, denke ich. Klingen, Formen, Klingen, also ganze Gewicht, das ist einfach ein super Schnitzmesser. Da kann man auch feine Arbeiten mitmachen, ne, das ist, ja, einfach toll. Opinel Nummer 8, mein absoluter Favorit, was das Thema Schnitzen angeht. Man kann natürlich auch einen 6er, gibt es einen 6er, ja, ich meine einen 6er hätte ich auch, oder ist das ein 7er? Wurst, nur mal kleiner tut es auch. Das ist so mein Favorit, das 8er Opinel. So, Entschuldigung, Frosch im Hals heute. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, was ich auch anfangs erwähnte. Ich hoffe, ihr seid dran geblieben und könnt mir da ein bisschen helfen. Meine Eltern damals, das ist schon, ja, jetzt mehrere Jahrzehnte her, haben mir mal auf, waren mal auf, ich glaube auf Rodos war das, haben mir mal ein Messer mitgebracht. Gott hab euch selig. Danke nochmal dafür. Sind leider beide nicht mehr unter uns seit kurzem. Und, naja, somit hat das für mich natürlich sowieso eine emotionale Geschichte, weswegen ich dieses Messer so liebe. Es ist für mich ein super EDC-Taschenmesser, aber auch ein tolles Schnitzmesser. Ich hab's einfach mal in diese Kategorie mit reingepackt, weil ich damit auch schon geschnitzt habe, auch wenn es viele vielleicht nicht tun würden. Es ist ein, ich halt's mal in die Kamera. Und das auch ein bisschen länger aus gleich folgendem Grund. Ich find's wunderschön. Allein der Griff. Sehr klein, also ich halt's auch nochmal, ne, damit ihr sehen könnt. Es verriegelt, es ist kein Einhandmesser, es hat hier einen Nagelhau. Absolut scharf. Hab ich, glaub ich, erst einmal nachgeschliffen oder zweimal. Schön klein, trotzdem gut zu handeln. Kannste toll mit schnitzen. Aber auch, Entschuldigung, aber auch Schneidarbeit mit verrichten, Kartoffeln schälen, wie gesagt, ein bisschen schnitzen, ein bisschen Gemüse schneiden. Also, das ist ein absolutes Schneidwerkzeug, aber auch gut zum Schnitzen geeignet. Ja, ich würde jetzt nicht zu brachial damit schnitzen, ne, dafür ist es wohl nicht konzipiert. Aber so für diese Schnitzarbeiten, so im feinen Bereich, super toll. Ja, und jetzt kommen wir auch zu dem Thema, neben meiner Emotionalität, was dieses Messer angeht und dass ich es wirklich persönlich sehr schön finde. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ich, äh, ja, ich halt's einfach nochmal in die Kamera, weil ich's so geil finde. Und steht dort drauf, äh, ich werde langsam alt, Alpine Outdoor Activities, Stainless Steel. Mehr steht auf diesem Messer nicht drauf. Ich konnte jetzt nur so vage in Erfahrung bringen, äh, Alpine Franzosen, ähnlich wie Opinel. Ähm, vielleicht kennt ihr dieses Messer und wisst genau, was es damit auf sich hat. Mich würde es sehr interessieren. Es muss auch jetzt nicht die Antwort kommen, oh, da soll was ganz tolles, einzigartiges nehmen. Mich interessiert einfach nur, was ich da vor mir habe, aus persönlichem Interesse. Ich weiß, dass dieses Messer stabil, scharf und gut ist und mir auch optisch sehr gefällt, neben meinem Andenken, was ich damit habe. Mich würde es wirklich sehr freuen, wenn jemand wüsste, was das hier, also bitte nicht raten. Google habe ich selber, aber wenn jemand wirklich weiß, es gibt ja deutlich fundiertere Messerfreaks als meine Wenigkeit, möchte ich meinen. Deshalb würde es mich sehr freuen, wenn das jemand mir persönlich unter, äh, auf Instagram oder in die Kommentare posten könnte, um welches Messer es sich hier exakt handelt. Ja, da wäre ich euch sehr dankbar. Ähm, ich hoffe, euch hat das Ganze, auch wenn es sehr langatmig war und freie Schnauze immer ein bisschen schwierig ist, da jedermanns sprachlichen Geschmack zu treffen, äh, von der Gliederung des Ganzen etc. Ich hoffe, euch hat es trotzdem allen gut gefallen, vor allen Dingen den Leuten, die wirklich mich angeschrieben haben und Interesse hatten. Backlog, noch kurz erwähnt. Und, äh, ja, ich werde in Kürze ein paar mehr Videos bringen, ähm, bei mir verändert sich gerade lebenstechnisch auch so einiges ins, äh, möchte ich meinen positive, weswegen ich mir gerne in Zukunft auch noch ein bisschen mehr Zeit nehmen will und kann für euch und für meine Lieblinge diese Messer und natürlich an allererster Stelle für meine Lieblinge, meine Familie. Ähm, mit diesem Wort möchte ich auch mich verabschieden für heute. Wie gesagt, lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr Bock drauf habt und meint, äh, das wäre es wert. Äh, schaut gerne wieder rein. Werden spannende Themen kommen, auch nicht aus Deutschland demnächst, ähm, aber das ist noch eine Weile hin, schon mal so leicht geteasert, wie man so schön neudeutsch sagt. Ich wünsche euch nur das Beste und sag bis bald, euer Messerjockel.